Siebel in Folge, 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 Folge. Ich hatte es vorhin noch, äh, äh, vorhin noch im Kopf gehabt. Ich hab ehrlich gesagt, äh, ähm, ich hab's vorhin noch, wie gesagt, eigentlich im Kopf gehabt. Ich hab's mir eigentlich noch, äh, notiert. Ähm, Folge 17? Ich glaub, Folge 17 ist es schon. Ja, Folge 17 müsste es eigentlich theoretischerweise schon sein. Ja, Folge 17. So, und wir haben in einer Folge davor, also gestern, haben wir hier reingeguckt durch diese Tür. Und ich hatte gesagt, wow, was? Nein. Nein. Das ist ja wie Chicksal. Joseph, bei dir alles gut? Ja, mir geht's gut. Nein, oh mein Gott. Du solltest lieber runterkommen. Oh mein Gott, ja, ich sollte lieber runterkommen. Bin schon unterwegs. So, da brennen die Beide. Wow, 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 wow. Wow, ach, scheiße, Alter. Die Sch- Alter, Alter, die hauen mich ja. So, geht brennen. Geht alle brennen. So. So, ich hoffe mal, dass wir die jetzt alle anzünden können. Ne, können wir nicht, also. Woah, wow, wow, wow. Oh, 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 oh. Oh, da waren ja noch mehr. Oh, da sind Streichhölzer. Woah, oh, 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 oh. Aua. Aua, Alter. Aua. Sehr schön. Anzünden, auf jeden Fall. Das heißt, wir da eine Axt am Liegen, ein... Oh, da lag Spritzen. Wir sollen uns ein wenig beeilen. Hier liegen so viele Sachen rum. Was, was, was? Die haben Dynamit? Wie bitte? Bumm, macht's. Ich glaube, die sind auch dann fällig, aber wir zünden sie vorsichtshalber mal nochmal an. Oh, wir müssen sie retten, wir müssen sie retten, aber wie? Aber wie, wie retten wir sie denn? Was, wo? Oh, uah. Komm schon! Wow, wow, wow. Sie schießen. Fuck. Bitte schnell! Oh. Was? Habe ich jetzt gar nicht auf meine Lebensanzeige geachtet? Ich weiß es gar nicht. Boah, alter. Dass da so viele auf einmal kommen, hätte ich jetzt mal nicht gedacht, dass es jetzt so eine... Ja, brutal... Ein brutaler Kampf wird. Unglaublich. Wir werden mal alles hier einsammeln. Aber wir haben ja auch noch unsere Granaten, haben wir ja auch noch, ne? Stimmt ja. Tatsache. Wir werden mal eben die Granaten auswählen. Ich hatte die eigentlich, wollte ich die nach oben, werde ich die mal eben legen. Sebastian, sie sind über uns. Ah, okay. Der hat gespeichert. Das ist super. Das ist super. So. Oh, aua. Aua. Äh. Aua. Geste... Gesterb... Möse. Alter. Alter, wir fliegen nur auseinander. Das gibt's doch gar nicht. Äh. Unsibare Gegner. Nein, da lassen Spuren, wenn sie sich durch... Wenn sie durch 14 laufen. Mit Nachkampfangriffen kannst du Gegner? Okay. Äh, probieren wir das Ganze nochmal neu aus. Also, ähm. Okay. So, ich werde nochmal eben die Spritze nehmen. Und dann nochmal eben ganz schnell, äh, nach oben den, äh, die Granate wählen. So, hier war noch einer, ne? Der kam noch hier, oder? Oh. Wow. Wow. So. Anzünden. Auf jeden Fall anzünden. Auf jeden Fall. Wo ist der Drecksack mit der... Uah. 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 Anzünden. Anzünden. Ja. Der mit der... Mit dem scheiß Dynamit, der geht mir auf den Zeiger hier. Er hier. Soll nochmal schön hier sein Dynamit für sich behalten. Auf jeden Fall. Hui. Das war's gewesen mit ihm. Wo ist's? Ohohoho. Ohohoho. Ach, nein. Sie haben Dynamit. Was wo? Ohoho. Ohoho. Was liegt hier? Die lichtende Axt. Die werden wir mal mitnehmen, vorsichtshalber. War das? Alles? War das? Das ist noch was in der Nähe? Noch mehr. Wo? Spiel nicht den Helden. Zurück. Genau, spiel nicht den Helden. Ich guck mich nochmal eben ganz schnell oben um. Hier oben liegt nochmal ein bisschen Gier, Masse. Oder, äh, Haargel. Lichter noch was? Nein, anscheinend nicht. Mein Gott, ich will die Lampe anmachen. Okay, liegt nichts. Wow. Wow. Schnell anzünden. Wow, ich hab keinen... Wow, 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 wow. Alter. Alter, alter. Die haben diese scheiß Masken auf. Die Säcke haben diese scheiß Masken auf. Die mag ich nicht. Boah, der Fetty, der geht aber auch nicht sterben, ne? Dieser Dicke. Alter, der geht aber auch nicht sterben, ne? Diese Viecher mit den Masken. Die gehen aber auch verdammt nicht sterben. Kannst du machen, was du willst. Alter, das ist aber echt fies, ey. Mit den... Warte mal, ich hab was für... Guck mal, hier. Ich hab was für euch. Guck mal. So. Guck mal, ich hab auch noch was für dich. Warte, 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 warte. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, so. Ich hab auch kein Streichholz mehr. Kein einziges mehr. Das ist echt dämlich. Was haben wir hier noch? Oh, hier haben wir noch mal Pistolenmunition, das ist supi. Boah, diese Techno-Mucke im Hintergrund, die ist voll geil gerade. Joah, geil. Wir sterben mit deinem Scheiß-Dynamit. Bumm. Mach bumm. Mach bumm. Oh. Boah. Nein. Bist du okay? Stand da gerade oben noch? Äh, da unten noch? Äh. Das ist ein bisschen dämlich. Ich weiß es gerade gar nicht, ob wir jetzt... Welchen Speicherpunkt wir jetzt gerade haben. Haben wir jetzt den wieder von Anfang an? In der Tiefen Kapitel 5. Nein. Wir fangen wieder hier an. Fuck. Das ist aber echt hart. Also muss ich dir echt mal sagen, wir müssen jetzt echt kämpfen hier. Mal eben auf die Schnelle mal eben die Spritze nehmen. Und ganz schnell mal eben die Granate auf nach oben legen. Puh, wir sollten es echt ein wenig beeilen hier. Sebastian, sie sind über uns. Ja, ja, ich weiß. Ja, ja. Wo ist der mit dem Dynamit? Scheiße, fuck. Die sterben. So, die gehen auf jeden Fall sterben, beide. Ja, ich habe keinen Aim-Bot an. Nur mal so als Info. Ich möchte mir doch gerne die Flinte ausbewahren für den Typen, der gleich kommt. Der dicke da. Wah. Hallo. Oh, die brennen. Oh, sehr schön. Wir haben auf jeden Fall schon mal wieder das... Nein, das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht, ey. Da laufe ich auch noch in diesen dämlichen Assi rein da, ey. Ich wollte den gerade hauen mit dem, äh, mit dem Hackebeil. Wo ist denn unser Hackebeil? Den haben wir noch in der Hand. Ja, super. Na toll. Äh. War das alles? Nein, das kann doch nicht alles gewesen sein. Oh, dann liegt noch Hagel. Nehmen wir noch eben schnell auf. Bevor es gleich weg ist. Wir haben ja die Zeit. Sebastian. Es kommen noch mehr. No. Spiel nicht den Helden. Zurück. Genau, spiel nicht den Helden. Äh, wo ist das... Nein, fuck, wo ist das Hackebeil? Wir haben das Hackebeil auf. Oh. Hehehe. 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 Oh, da, oh, da kommt ein Dick, oh, da kommt ein Dicker. Ach, scheiße, stimmt ja. Wir haben ja noch die Qualen am Brust. Mal eben auf die Stelle mal eben hier die, die, die Sprengbolzen benutzen. Ups. Vermehren wäre das ideal. Wo, 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 wo. Fuck, 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 fuck. Die haben aber auch echt eine Ausdauer, ne? Gibt's gar nicht, ey. Oh, wo hat er denn jetzt hingeschossen? Das glaub ich jetzt gar nicht. Hat der uns echt voll daneben geschossen? Komm schon! Ich glaube, ich laufe voll in meinen Tod gerade. Ja, 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 ja. Anzünden, anzünden. Scheiße, wir haben keine Dings mehr. Scheiße. Wir haben kein... Oh, fuck, wir haben kein... Fuck, wir haben kein Streichholz mehr. Oh! Oh! Boah, ich hoffe, das war's, ey. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass... Nein. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. auch coorden Höhe Goh Gott sei Dank Känten brauchte Hilfe naja wir sollten mal ganz schnell hier mal eben das Schloss lösen Das solltest du dir mal ansehen. Oh, Alter. Ich krieg das nicht auf. Es muss noch ein Bedienfeld geben. Die Zeit läuft ab. Oh, es muss noch ein Bedienfeld geben. Okay, wir sollten uns auf jeden Fall ein wenig umsehen hier. Oh mein Gott. Wohin gehen die Kabel? Wir sollten ganz schnell schauen, wohin die Kabel gehen. Okay, da lang, da lang, da hinten lang geht es, glaube ich. Oh nein, er ist voll fertig mit dem Salat. Das gibt es doch gar nicht. Oh mein Gott, welch eine Dramaturgie in dieser Folge. Ich hoffe, ihr seid immer noch mit mir dabei. Die Zeit habe ich aber noch. Ich glaube schon. Oh nein. Ja, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Die Kabel gehen auf jeden Fall... Oh nein. Haha. Höhö. Äh... Da war auf jeden Fall noch irgendwo eine Axt, ne? Haben wir die liegen lassen jetzt, die Axt, oder? Scheiße, die Axt ist weg, fuck. Oh nein. Ey, das glaube ich jetzt nicht, ne? Äh, ja, Kipman ist in Gefahr. Wir wissen immer noch nicht, wie sie mit Vornamen heißt, aber Kipman ist in Gefahr. Ja. Oh. Was? Hm. Ja. Ja, da haben wir Joseph und Kidman verloren. Ähm, mal eben. Obwohl wir Joseph noch links angezeigt bekommen. Und wir haben nicht mehr so viel an Munition. Zwei im Revolver noch. Null in der Flinte. Ich glaube, eine... Was haben wir denn noch an Bolzen? Tja. Gar nichts mehr. Wir haben nur noch einen einzigen Bolzen zu verschiezen. Wir haben aber noch zwei Granaten. Puh. Und ich weiß, dass da noch etliche in der Kammer waren. Aber ich würde sagen, das heben wir uns für eine weitere Folge auf. Wenn ihr dann wieder morgen einschaltet. Hier bei The Evil Within. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht Kidman und Joseph wiederfinden. Das war echt anstrengend. Ich brauche echt mal eine Pause. Und die ihr natürlich auch. Wie gesagt, wir sehen uns morgen wieder in der... Hier auf dem Stream. In der Let's Play Live Show. Wollte ich, will ich immer wieder sagen. Aber mittlerweile ist es... Keine Ahnung. Mittlerweile ist es so drin. Ja. The Evil Within. Morgen geht es weiter. Schaltet morgen wieder ein. Und um 17 Uhr gibt es die weitere Folge The Evil Within. Also macht es gut. Tschüss.